Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an unserer Online-Panel-Diskussion. Mein Name ist Josef Mbaye und ich bin stellvertretender Vorstandsvorsitzender von morgen, dem Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen. Für alle, die morgen noch nicht kennen, morgen ist der Dachverband der Migrantenorganisationen in München, um Menschen mit Einwanderungs- und Fluchtgeschichte in ihrem Engagement zu stärken und zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.morgen-münchen.de oder hier bei unserem YouTube-Kanal. Heute sehen wir hier, heute sehen wir hier online mit Experten und Expertinnen, um über das Thema Rassismus und Bildung zu diskutieren. Wir sind online und nicht in Präsenz zusammen. Denn Corona bereitet sich weiter aus. Corona dominiert momentan unseren Alltag. Aber manche Menschen sind besonders von den negativen Auswirkungen der Krise betroffen. Corona versteckt Rassismus und Klassismus, also Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Im Bildungssystem machen sich diese Unterschiede bemerkbar. Besonders negativ sind auch Geflüchtete von den Auswirkungen von Corona im Bildungsbereich betroffen. Laut der neuen deutschen Organisation NDO wirkt sich diese Krise vor Geflüchteten und schütteln. Und das sehen wir, dass sie aufgrund der Schulschließungen wichtige Lernzeiten verpassen und aufgrund der geringen finanziellen Ressourcen ihrer Familien wahrscheinlich keine adäquaten Lernumgebungen wie eigenes Zimmer und Lerninstrumente die Leute wie PCS zur Verfügung haben. Heute Abend aber geht es um Blickveränderung, um Bilder in unserem Kopf, die zum Rassismus führen. Es geht um die Kolonialzeit und die Kolonialgeschichte. Besser gesagt, um Beispiele von rassistischen Bildern dieser Zeit, die bis heute unser alltägliches Leben prägen. Denn Bildung findet nicht nur in der Schulbildung statt, auch über Medien, Diskussionen, Literatur und in der Auseinandersetzung mit unseren Mitmenschen bilden wir uns. Bildung ist ein wichtiger Bestandteil zum Demokratieverständnis und damit zur Sicherung der Freiheit. Und genau deswegen muss politische Bildung so wichtig wie Mathe und Physik sein. Heute geht es auch um Teilhabe, Empowerment, Engagement. Denn das Einbezogensein in der Gesellschaft, Teilhabe, die Autonomie und Selbstbestimmung des eigenen Lebens, Empowerment sowie das Gefühl des verpflichteten Seins zu etwas, Engagement sind wichtige Mechanismen für eine bessere Bildung und somit für das gesellschaftliche Zusammenleben. Sie sind wiederum auch selbst Teil der Bildung, wie es sein sollte. Wir bedanken uns für alle Panel-Gästen, die sich Zeit genommen haben, um heute Abend hier zu sein. Sie zeichnen sich durch ihre tolle Engagement und ihre Expertise aus. In kurzem werden sie sich selbst vorstellen. Vielen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich eingeloggt haben. Ich wünsche uns alle einen informationsreichen Abend, Geprägte mit vieler Bildung und übergebe nur gerne an die Moderation des heutigen Abends an Diana Sondrin-Kunz. Herzlichen Dank nochmal. Danke dir, Joseph. Vielen Dank für die schöne Einführung. Herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ich will auch gar nicht so viele Vorrede halten. Bildung ist ja einer der wichtigsten Bereiche, um über Rassismus aufzuklären, für rassistische Praxen zu sensibilisieren und Diskriminierung entgegenzuwirken. Und gleichzeitig gibt es kaum einen Bereich, der so stark von Hierarchien, von Machtasymmetrien und diskriminierenden Strukturen durchzogen ist. Welche Strategien es gibt, dem entgegenzuwirken und wie Empowerment im Bildungsbereich aussehen kann, darüber wollen wir heute diskutieren. Ich begrüße euch herzlich. Es ist schön, in eurer Runde zu sein. Herzlich willkommen, Hamadou Dipama. Schön, dass du da bist. Sarah Berg. Schön, dass du da bist. Fatma Falful. Schön, dass du da bist. Mudu Pelaya. Schön, dass du da bist. Jennifer Tevi. Schön, dass du da bist. Und Krumah und Bogen. Schön, dass ihr alle da seid und diese geballte Expertise heute teilt. Am besten stellt ihr euch einfach selbst vor. Hamadou, möchtest du anfangen? Okay. Ich bin Amadou Dipama. Ich bin vom Migrationsbeiräte der Landeshauptstadt München. Ich bin auch vom Agabi. Agabi ist ein Landeszusammenschluss von den kommunalen Integrations- und Migrationsbeiräten in Bayern. Genau. Ansonsten bin ich auch vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungspreis Bayern. Sarah, möchtest du weitermachen? Ich gehe jetzt tatsächlich nach den Kacheln. Ja, gerne. Guten Abend. Schön, euch auch alle zu sehen. Hallo in die Runde und nach draußen. Ja, Sarah Berg ist mein Name und ich bin lange Jahre seit meinem Studium der Pädagogik und Theaterwissenschaft hier in München tätig und habe Kultur- und Kunstprojekte lange Jahre mit viel Herzblut und einer wunderbaren Kollegin Sarah Mack verantwortet und mitkonzipiert, sodass meine Leidenschaft sozusagen Bühnenräumen gehört. Und jetzt bin ich nicht mehr nur ausschließlich selbstständig, sondern seit fünf Jahren am Referat für Bildung und Sport am Pädagogischen Institut, Zentrum für kommunales Bildungsmanagement, muss man ordentlich jetzt immer dazu sagen. Und wir sind der Fachdienst für politische Bildung und dort bin ich verantwortlich für das Angebot für Schüler und Schülerinnen, um Workshops, Seminare, Kurstage zu Themen der Zeitgeschichte der politischen Bildung mit anzubieten. Danke, Sarah. Fatma, wer bist du? Guten Abend alle zusammen. Freut mich, dass ich heute dabei sein kann in die Runde. Ich bin Fatma Fall von meinem Namen und ich bin ehrenamtlich im MOVE-Projekt zuständig. Also ich bin eigentlich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni BW in München und ich habe mich auch während dem Studium viel mit dem Thema Bildung und Ungleichheit beschäftigt. Das hat mich auch mein ganzes Leben durch meine eigene Erfahrung auch immer so begleitet. Deswegen hat es mich auch sehr interessiert, das Thema. Und deshalb auch diese ehrenamtliche Engagement. Mir ist es halt sehr wichtig, dass ich auch den Eltern oder auch den Kindern, die das jetzt alles durchmachen müssen, was ich halt auch erlebt habe mitzugeben, einfach diese Bildungslücken zu füllen, vor allem diese Informationsdefizite, die man dann hat, dass man alles zum Beispiel alles viel später erfährt als sonst und dass man einfach zur Stelle dann dasteht, wenn man Fragen hat oder nicht weiß, wie das mit dem Studium oder mit der Schule weitergeht. Und da will ich das mitgeben, was ich später so, also früher so verpasst habe oder nicht mitbekommen habe. Auch ist mir halt auch kulturelle Bildung sehr wichtig, wie zum Beispiel Skifahren oder zum Theater. Also manche Eltern, oder ist ja verständlich, kommen nicht drauf, mit den Kindern das zu machen. Und dass man den Kindern und den Eltern zeigt, dass es halt in München sehr viele Angebote gibt, weil man weiß das gar nicht. Es gibt sehr viele Angebote und viele wissen nicht, dass es sowas gibt. Und mir ist so wichtig, dass man diese Anlaufstellen kennt und wohin man geht, wenn man Unterstützung braucht. Und vor allem bin ich halt auch im Bezirk zu Rüderingrin hier zuständig, weil ich auch hier wohne. Und ja, also auch politische Bildung spielt für mich auch eine große Rolle. Auch, dass man zum Beispiel zu dem Beziehungsausschuss teilnehmen kann, dass man einfach mitreden kann, dass nicht mal über einen immer geredet wird, dass man mitentscheiden kann. Und mir ist das halt sehr wichtig. Und deswegen nehme ich halt heute dabei. Danke, Fatma. Modupe. 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 Wer bist du? Oh, dein Ton ist noch nicht an. Guten Abend. Ja, schön, dass ich hier in der Runde mit dabei sein kann. Mein Name ist Modupe Naya. Zurzeit bin ich als Vorstandsmitglied im Eine-Welt-Haus in München aktiv. Das heißt, mein Anliegen ist es auch, so in der Stadtgesellschaft etwas im Kontext kultureller Bildung zu bewirken, was den rassismuskritischen Blick auf Kontexte anbetrifft. Angefangen hat das während meines Studiums als Literaturwissenschaftlerin. Also ich habe Anglistik studiert und da habe ich gemerkt, dass schwarze Autoren und Autorinnen auf bestimmte geschichtliche Ereignisse einen ganz anderen Blick haben. Und davon handelte dann auch meine Diplomarbeit. Und seitdem bin ich halt sehr mit diesen schwarzen Narrativen befasst. Also einfach mit Narrativen, die weg vom eurozentrischen Blick andere Kontexte aufzeigen. Danke, Modupe. Jennifer, möchtest du dich vorstellen? Hallo, ich bin Jennifer. Ich mache Workshops, in denen ich Kindern teilweise etwas afrikanische Geschichten nahe bringe. Und mir liegt es halt sehr am Herzen, dass vor allem afrikanischemige Kinder wieder so einen Stolz oder eher einen Stolz für ihre Herkunft entwickeln und auch wirklich verstehen, woher sie kommen und dass Afrika, so wie es ihnen gezeigt wird, nicht Afrika ist. Also nicht das Afrika von Afrikanern ist. Und ja, deswegen bin ich heute hier. Danke, schön, dass du da bist. Krummer, du hast das Wort. Hallo, erstmal schönen Abend an alle. Und zwar, ich bin der Krummer Bugen, 22 Jahre alt. Und ich habe vor einer Woche mitbekommen, dass es eine Putungsdiskunktion über das Thema Bildung und Rassismus geben wird. Und mich hat das halt sehr, sehr interessiert, da ich mich seit mehreren Jahren schon mit der Geschichte Afrikas auseinandersetze. Und ich möchte halt nur dazu sagen, dass Bildung für mich nicht immer nur Schule, Universität ist, sondern man kann sich auch selbst bilden. Und mein Ziel ist es nicht nur durch Wissen, was ich erlangt habe, die letzten Jahre zu überzeugen, sondern auch Leute oder vor allem meine Community dazu zu bringen, selber Wissen zu ergattern. Es gibt so viele Bücher, die geschrieben wurden. Es gibt so viele Dokumentarfilme, die man sehen kann. Und es ist wichtig, dass wir unsere Brüder, unsere Schwester dazu bringen, vor allem die jüngere Generation, diese Recherche zu betreiben. Dadurch habe ich auch angefangen, eine Instagram-Seite zu starten, die heißt Afrokrasie, die habe ich seit 2018 gestartet. Und da geht es auch, alles, was ich gelernt habe, alles, was ich weiß, mit der Community so gut, wie ich es kann, zu teilen. Und ich sehe mich nicht als Experte, weil ich jemand bin, der der Meinung bin, dass man lebenslänglich lernen kann und soll, sondern ich sehe mich einfach als jemand, der sich mit Geschichte gerne auseinandersetzt und der einfach gerne mit seiner Community diskutiert, um eben eine bessere Situation zu schaffen für unsere Community. Vielen Dank. Ja, an dieser Stelle auch liebe Grüße und gute Besserung an Rebecca Zeiler von DAFA, Deutsch-Afrikanischer Frauenaustausch. Sie sollte heute eigentlich auch die Runde vervollständigen, kann leider nicht da sein. Vielleicht siehst du uns ja, liebe Rebecca, vielleicht kannst du uns zusehen. Wir denken an dich und auch an Sie, verehrtes Publikum. Sie haben über YouTube die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, zu kommentieren. Nutzen Sie auch diese Möglichkeit. Wir werden darauf reagieren. Danke schön. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020